Wagt Fujifilm den Schritt ins Vollformat und finden wir das schon in den nächsten Wochen raus. Falls euch das alles egal ist, gibt es aber auch was über Canon und über Photoshop Elements. Also mal wieder für jeden was dabei bei Photographics News. Eine Woche ist nun her, dass ich euch von den Themen der Woche erzählt habe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und falls ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr Photographics News bei YouTube und bei der Podcast Plattform eurer Wahl abonnieren. Inzwischen sind wir schon zu 1226 und das heißt, dass du der oder die 1227. sein kannst. Nicht 1227, sondern nur einen Sponsor gibt es auch in dieser Folge von Photographics News und das ist wie immer Fotokoch. Euer und unser Partner für Fotografie und Videografie bietet bis zum 10. Oktober noch eine Aktion für die OM System 1 Mark II an. Das Micro Four Thirds Flaggschiff gibt es dabei mit 300 Euro Sofortabatt und einer Garantieerweiterung auf 5 Jahre. Kombinierbar ist das Ganze mit diversen MFT Objektiven. Schaut doch einmal vorbei, falls ihr Interesse habt. Link gibt es wie immer in der Podcast und in der Videobeschreibung. Die ersten beiden Meldungen gehören diese Woche irgendwie zusammen, denn es geht jeweils unter anderem um Fujifilm. Den Anfang machen nämlich Gerüchte um zwei Produktvorstellungen, die in den nächsten Wochen stattfinden sollen. Angeblich plant Panasonic am 8. Oktober einen neuen Launch und Fujifilm eben am 14. Oktober. Der ist sogar schon offiziell. Starten wir mit Panasonic, denn die sollen gleich mehrere Produkte vorstellen. Der bekannte Leaker Andrea Pizzini ist sich dabei zu 100% sicher, dass es eine große Ankündigung geben wird. Weiter führte aus, dass es die S1 R2, die S1 H2 oder vielleicht auch die Lumix S5D sein könnten. Dass Panasonic die S1 H2 vorstellt, klingt ziemlich logisch oder sogar am logischsten, denn vor einiger Zeit stellte der Hersteller ja die GH7 mit MFT-Sensor vor. Und viele Nutzer warten ganz bestimmt schon auf die quasi Vollformat-Alternative zur GH7, die die S1 H2 ja schließlich darstellt. Bei Fujifilm gab es sogar schon offizielle Infos zum Event am 14. So soll es wieder einen X-Summit geben, bei dem man sich diesmal auf das Produktdesign konzentrieren will. Kann aber auch gut sein, dass hier neue Kameras vorgestellt werden. Zuletzt gab es ja ziemlich viele Hinweise auf die Fuji XM5. Eventuell, und jetzt wird es spannend, wird Fuji aber auch etwas ziemlich Unerwartetes präsentieren, denn zuverlässige Quellen von der Seite Fujifilm wollen erfahren haben, dass Fujifilm einer Kamera mit einer Sensorgröße arbeitet, die bisher noch in einer keiner anderen Fujifilm-Kamera zum Einsatz kam. APC und Mittelformat können wir dabei ja schon mal ausschließen. Die sind bei Fuji schon ziemlich lange etabliert. Auch zwei Drittel Zoll-Sensoren und kleinere Sensoren kommen nicht in Frage, denen die gibt es bei Fujis Finepix-Kompaktkameras schon zu Genüge. Also was wird es sein? In einer Umfrage von Fuji Rumors tippen die meisten User auf Vollformat, was auch mit Blick auf die Konkurrenz von Nikon, Canon, Sony und Co. irgendwie nachvollziehbar ist und sich wahrscheinlich auch viele wünschen. Fuji hat sich aber in der Vergangenheit schon häufiger gegen Vollformat als Sensorgröße für Fuji Kameras ausgesprochen und sich ein bisschen davon distanziert. Dazu kommt das Problem, dass Fuji schlichtweg keine Objektive für das Vollformat anbietet. Somit ist es vielleicht sogar wahrscheinlicher, dass wir von einer neuen Kompaktkamera sprechen, denn da sind die Objektive ja meist fest verbaut. Eventuell mit einem Zoll großem Sensor. Die X106 ist schließlich auch schon noch immer ausverkauft und auch über eine GFX-Kompaktkamera mit kleinerem Mittelformatsensor sprechen Gerüchte schon lange und die soll eben in der Entwicklung sein. Hier bin ich also wirklich gespannt, bei Fuji mit der steigenden Beliebtheit könnte eine neue Sensorgröße wieder einmal einen frischen Wind in die Kamerawelt bringen und das finde ich ist doch immer was Gutes. Frischen Wind gibt es auch bei Adobe, denn mit Photoshop Elements 2025 haben die Software-Profis eine neue... Moment mal, was ist denn da auf dem Screenshot passiert? KI plus einfache Bearbeitung gleich perfekte Fotos. Wir hatten das in Text gesetzt bei Adobe. Verdammt, was ist da los? Ich kann das nicht weiter so in der Folge lassen, also wartet mal ganz kurz. Puh, okay. Gott sei Dank ist es weg. Also zurück zum Thema Photoshop Elements 2025. Ich bekomme eine Reihe neuer KI-Features, die die Bearbeitung von Fotos vereinfachen und beschleunigen sollen. Dabei gibt es das bereits aus Photoshop und Lightroom bekannte Generative entfernt von unerwünschten Bildelementen. Alternativ kann man auch die Farbe von Objekten mit nur einem Klick ändern. Hinzu kommt ein Filter für künstliche Tiefenschärfe, der angeblich die Weichzeichnung an die jeweilige Brennweite anpassen kann. Die findet man ja in der Regel in den Exif-Daten. Zudem können wir mehrere Fotos miteinander kombinieren, neue Hintergründe und Grafiken erstellen, sowie Schnellaktionen für Effekte wie animiertes Glitzern, Rahmen oder Kamerabewegungen nutzen. Wollt ihr noch einmal in Ruhe durch alle Funktionen gehen, dann empfehle ich euch Jungnatanz News in den Shownotes. Hier geht es natürlich noch ganz, ganz kurz um den Preis. Photoshop Elements und Premiere Elements 2025, die Videoversion erscheint ja ebenfalls, gibt es ab sofort als 3-Jahres-Lizenzen, warum ich Premiere Elements dazu erwähne. Einzelne Lizenzen kosten 98,98 Euro. Beide Programmen zusammen gibt es aber nur für 148,98 Euro. Also ein bisschen günstiger. Wer bereits einen der Vorgänger benutzt, der kann jeweils etwa 10 Euro sparen. Sieben-tägige Ausprobierversionen stehen kostenlos ebenfalls zur Verfügung. Kleine Meldung zur nächsten Canon-Kamera. Die EOS R6 Mark III soll vor allem Verbesserungen bei der Geschwindigkeit bieten. Das klingt durchaus logisch, wenn wir zu anderen Herstellern schauen. Nikon hat ja bei der Z6 III und ihrem Partially-Stacked-Sensor schon ordentlich vorgelegt, was die Geschwindigkeiten angeht. Und hier müssen Canon und Sony in der Mittelklasse eben noch nachziehen. Wie konkret das in der EOS R6 Mark III aussehen wird, das wissen wir aber natürlich noch nicht. Und das, obwohl sich schon Prototypen der EOS R6 Mark III in freier Wildbahn befinden sollen. Bislang wissen wir aber nur, dass sich wohl ein neuer Knopf auf der Oberseite befinden soll. Und das Canon vielleicht auf den schnellen Sensor der EOS R3 setzen wird. Falls sich das bewahrheiten sollte, dann wird die R6 III aber nur mit 24 Megapixeln kommen. Auch hier freue ich mich also auf weitere Infos. Gute Nachrichten, es gibt Zusatz in der Lux-Serie. Damit meine ich nicht einfach die Neuerung, dass ich seit einigen Monaten Onkel bin, sondern neue Video- und Fotoleuchten von Rollei. Die Modelle Lux 60 B-Color und Lux 100 RGB zeichnen sich dabei durch kompakte Abmessungen von nur 16x9x4 cm und ein geringes Gewicht von 345 Gramm aus. Zudem lassen sie sich durch eine Fernbedienung sowie via Bluetooth und WLAN steuern. Die 60 Watt starke Lux 60 B-Color schafft dabei 2730 Lux auf einen Abstand von einem Meter und kann Farbtremperaturen von 2700 bis 6700 Kelvin erreichen. Die UVP liegt hier bei 199 Euro. Zum Start könnt ihr aber 100 Euro abziehen, dann kostet sie eben 99 Euro. Dasselbe gilt für die Leistungsstärke Lux 100 RGB. Die bekommt man zum Start für 199 Euro und muss sonst 299 Euro zahlen. Dafür bietet sie mit 3.700 Lux aber auch eine höhere Lichtleistung und kann auch farbiges Licht darstellen. Was noch echt spannend ist, wenn ihr schon Lampen habt. Für 40 Euro bietet Rollei einen neuen Lux zu Bounce Adapter an. Damit kann man Lichtformer mit Bounce Anschluss an die neuen Lampen anbringen. Der Anschluss an diese Folge von Photographics News ist nicht etwa Bounce oder Lux, sondern natürlich das Wochenende. Ich verabschiede und bedanke mich schon einmal von euch, falls ihr nur an Kamerathemen interessiert seid. Für alle die Lust haben, erzähle ich aber noch kurz gerne von meinem Marathon. Ich hatte ja immer davon erzählt, in den Folgen zwischendurch, dass ich für den BMW-Marathon in Berlin trainiere und auch, dass ich kurz vorher krank war. Am Ende ging dann aber alles halbwegs gut und ich bin nach 4 Stunden, 28 Minuten und 38 Sekunden über die Zinnähne gelaufen. Die ersten 30 Kilometer liefen dabei echt gut. Ich war ungefähr auf dem Ziel, das ich haben wollte, unter 4 Stunden zu laufen. Aber als es dann später wurde und meine Beine müder, musste ich ein bisschen langsamer werden, um in dieser Folge nichts zu erzählen, dass ich es dann am Ende nicht geschafft habe. Und ja, Spaß hat es trotzdem gemacht und eine Erfahrung ist es wert. Aber ich muss auch zugeben, dass ich es ein bisschen unentspannt fand, dass über 50.000 Menschen mitgelaufen sind. Man läuft sich dann irgendwie doch über die Füße. Ich hatte mich am Anfang zu schlecht eingeordnet und musste dann die ganze Zeit Leute überholen und bin laut Adidas Running App insgesamt 53,6 Kilometer gelaufen. Und was ich auch echt nicht so schön fand, zumindest in Berlin, ich weiß nicht, ob das überall so ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Am Ende war es dann irgendwie doch eine riesige Werbeveranstaltung. Ich habe über 200 Euro als Teilnehmergebühr bezahlt und dann gab es eine Tasche mit Werbung. Dann gab es eine riesen Werbehalle bei der Abholung der Zettel und vor Ort waren auch überall Werbeplakate. Und irgendwie fühlt man sich da nicht so schön um, sorgt, wenn man ein ganzes Gefühl hat, man wird irgendwie dazu aufgefordert, irgendwas noch zu kaufen. Also, ich glaube, mein nächster Marathon, falls ich nochmal in Laufe, wird auf jeden Fall ein kleinerer sein und vielleicht auch nicht in Berlin, auch wenn die Stöcke echt schön flach war. Ja, gut, das soll es auch sein für diese Woche mit Kameras und mit meinen privaten Erlebnissen. Könnt auch gerne mal schreiben, ob euch das gefällt, dass ich zwischendurch ein bisschen andere Sachen einfließen lasse. Ich versuche es immer so zu gestalten, dass die Hauptinfos bei Kameras bleiben und genau, denke mal, dass es nicht so stört. Aber jetzt will ich aufhören zu reden und ich musste diese Folge auch noch schneiden. Also habt ein schönes Wochenende. Ich suche mir mal ein anderes Projekt, was ich dann irgendwie erzählen kann. Und vielleicht wird es ja auch endlich mal der versprochene Kuchen, den ich schon seit der 1000-Abo-Marke backen wollte. Ich habe es nicht vergessen und bin mit euren Vorschlägen immer noch am Hadern, welchen ich mache. Das ist natürlich der Grund, nicht meine Faulheit. Also, auf Wiederhören und bis nächste Woche. Ciao! Ciao!